Das ist schön, ja. Gut, Alex pickt Workflow-y. Workflow-y vom letzten Mal, vorletzten Mal für mich, für euch. Ne, da werden wir nie wieder was von hören. Spaß beiseite. Also Workflow ist eine App, die für iOS in der letzten Woche rauskam. Und ja, dieses Automator mehr oder weniger für iOS. Und verknüpft Apps, verknüpft Actions, die du auf Apps anwenden kannst, mit denen du Sachen verzahnen kannst. Also mache drei Fotos, erstelle ein GIF, lass mich das GIF anschauen, versende es per iMessage in einem Workflow. Deswegen der Name Workflow. Lässt sich als Share-Sheet einbinden unter iOS. Also du musst nicht immer die App aufrufen, um Abläufe, die du dir gespeichert hast, erstellt hast, auf Webseiten beispielsweise anzuwenden. Du kannst da halt irgendwie Sachen... Ich habe zum Beispiel eins gefunden, das dir ein Podcast, die du im Netz findest, zu Haftdav schickt. Was ist denn Haftdav? Haftdav. Du kennst nicht Haftdav. Das ist ein ganz großartiger Webdienst. Da kannst du, wenn du so über Audiodateien im Netz stolperst oder einzelne Podcast-Episoden... Du willst den Podcast nicht abonnieren, aber du willst diese eine Episode holen. Du legst dir einen Account bei Haftdav an und dann hast du ein Bookmarklet oder halt jetzt diese Workflow-Extension. Und dort, wenn du dann auf der Seite bist, wo die Datei liegt und so weiter, dann das Bookmarklet, schaut die Seite durch, findet die MP3 und speichert die in deinen Account. Und dann hast du da ein RSS-Feed, einfach ein Podcast-Feed, den du in deinen Podcast-Client deiner Wahl abonnieren kannst. Und dann schlägt da die Folge auf. Also Audiodateien... Voll geil. Ja, das ist wirklich ganz gut, ja. Das ist wirklich ein sehr sinnvoller Lied. Schau, wie du das gelernt hast. Gerade weil, wenn du stolperst, hat man überall so einzelne Sachen, wie du... Echt schwierig, weißt du, was machst du mit denen? Synkst du auf deinem Gerät, downloadest die, das ist eine Quatsch. Also das muss in diesen Podcast-Feed, diesen Haftdav-Podcast-Feed und dann schlägt der halt in deinem Overcast oder was auch immer du gerade verwendest unter iOS auf. Wie ein normaler Podcast. Das ist ganz nett. Und da gibt es halt, wie gesagt, da hat jemand eine Action oder ein Workflow für geschrieben, in Workflow. Ja, du verknüpfst halt Sachen. Du kannst halt irgendwie sagen, kalkuliere mein, wie sagt man in Deutsch, mein Tipp. Was sagt man für Tipp? Zählpixel. Zählpixel ist ein ultimatives Wort. Trinkgeld. Genau, also was habe ich noch gemacht, was habe ich noch so gefunden? Ich habe, du kannst eine gewisse, also eine Internetseite, die du einfach mal in archive.org aufrufen möchtest. Da gibt es einfach einen Workflow für und dann sucht er halt diese Internetseite in archive.org, ohne dass du die Adresse eingeben musst, die URL kopieren musst. Solche Sachen nimmt dir halt die App ab. Du kannst da also Sachen verzahnen und YouTube-Videos kannst du runterladen. Du kannst dir das aktuelle XKCD-Comic irgendwie ziehen. Und du kannst, ja, also solche Geschichten. Du kannst YouTube-Videos als MP3 speichern oder... Der sehr schmerzhafte, beste Tweet zu der App war halt letzte Woche, so Achtung, schnell runterladen. Diese App ist nützlich. Wahrscheinlich wird sie von Apple gleich aus dem Store geworfen. Ja, da musste man drüber schmunzeln, aber das scheint, ich begebe mich auf glattes Eis, man weiß, die sind App Store nie einzuschätzen, aber ich glaube, die hatten im Vorfeld, die wollten nämlich schon viel früher starten, die hatten im Vorfeld einiges an Diskussionen und die sind dann aber überwunden worden. Das mag vielleicht nichts heißen, aber ich glaube, das steht jetzt erstmal... Die sind auch gut gefeatured worden, das sagt auch nichts aus, aber es ist zumindest ein Indikator, dass das scheint ganz gut angenommen wird. Du kannst PDFs von Webseiten erstellen und also das Potenzial ist wirklich sehr weitreichend und es ist wirklich gut, Twitter im Auge zu behalten. Nach diesem, nach diesem, weil du kannst diese zusammengebauten Actions kannst du verteilen, an Freunde ins Netz stellen, per Twitter verteilen. Und die haben halt diese Workflow.is URL und wenn du danach auf Twitter suchst, findest du schon eine ganze Menge einfach an vorkonfigurierten Sachen. Du kannst natürlich dir auf deine eigenen Bedürfnisse abstimmen, aber du kannst einfach auch mal auf Twitter suchen, was andere Leute so erstellt haben und wie sie das feingetunt haben und solche Geschichten mit Variablen und Content runterladen. Und also Sachen auf Dropbox schieben und Screenshots aussortieren auf der Camera Roll und beschriften und dann löschen. Und also gibt es wilde Geschichten. Ich bin doch gerade so in der Sammelfase, wo ich so das Beste mal zusammen sammle und ja, ich plane dann auch das irgendwie dann mal so weiterzureichen. Und ich teste das gerade und finde das echt sehr, sehr sinnvoll. Es ist, es ist halt, du gestaltest halt diese Actions so, ob du kannst sehen, was du machst. Du schiebst die also zusammen. Du musst nichts programmieren in dem Sinne. Du musst auch nicht irgendwie mit komischen URLs umgehen oder sowas. Du kannst das zwar alles, aber letztendlich kannst du dein, nach deinen Bedürfnissen das einfach so zusammenziehen, das Zeug. Und ich finde es sehr, sehr hübsch geworden und mal gucken, wo das jetzt noch weiter hingeht. Also der erste große Schritt dafür ist schon mal getan. Und die erste Version, die jetzt auch zum Download steht, die funktioniert schon sehr, sehr gut. Wurde natürlich gleich irgendwie, also was sie zum Beispiel kann, sie kann GIFs erstellen. GIFs erstellen und dann teilen. Das kann sie aber im Moment nur, wenn du die Fotos direkt machst mit der App. Sie schauen sich aber gerade an, ob du nicht auch so eine Burst-Fotoaufnahme nehmen kannst und daraus beispielsweise ein GIF machen kannst. Das fehlt ja schon seit immer, oder? Das fehlt schon seit immer. GIFs aus einem Fotoburst rausziehen. Ja. Oder GIFs aus einem Bits und so Real Life rausziehen. Nein, das fehlt tatsächlich nicht. Ja, also die, 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 mal gucken, was sich da so abzeichnet, was einfach sinnvolle Automatisierungen sind unter iOS. Und die, die dir so ein bisschen Zeit sparen einfach. Und die man dann auch wirklich verwendet, ja. Es gibt ja durchaus, also ich kann zum Beispiel Leute verstehen, die sagen Launch Center Pro, das ist, klingt als Konzept ganz nett, aber bis ich mich da reingearbeitet habe und bis ich da mal eine Sache gefunden habe und die dann auch wirklich verwende, da habe ich dann irgendwie schon das Interesse verloren und Workflow macht es noch ein bisschen interessanter einfach, weil du, weil du es einfach verstehst, was da gerade so passiert und du dir die Sachen zusammenschieben kannst. Und auch halt einfach ganz, ganz locker die Sachen über Twitter ziehen kannst, die andere Leute erstellt haben. Genau, deswegen ist es mein Pick. Kostet drei Euro und.